Willkommen mal wieder zur Morphologie-Vorlesung. Wir sind bereits in der sechsten Woche. Es geht jetzt um Flexion und wir beginnen mit den Nomina außer den Adjektiven. Der Überblick, wie immer, wir werden über Flexion reden und zwar von Nomina und schauen uns zuerst Funktionen an, die solche Flexionskategorien haben und dann ausführlich die Flexionsklassen der Substantive und schließlich die Flexion der Pronomina und Artikel. Das war's schon. Die Adjektive kommen dann in der nächsten Woche, weil die sich eigentlich erst erschließen, wenn man die Pronomina und Artikel schon behandelt hat. Zur Funktion also. Was heißt überhaupt Funktion? Wir greifen auf Kapitel 3 des Buches zurück. Da werden externe Funktionen als die eingeführt, die eine kommunikative, pragmatische Wirkung haben, textuell, kulturell vielleicht sogar. Also sprachliche Formen, die in diesen Bereichen irgendetwas anrichten, etwas auslösen. Die interne Funktion grammatischer Mittel ist eine andere. Die bleibt, wie der Name schon sagt, innerhalb der Grammatik und stellt Relationen her, die zum Beispiel es uns ermöglichen, wie Kasus, die Struktur von Sätzen besser zu rekonstruieren. Das heißt, wir haben eine Schnittstelle zur Syntax und auch vor allem zur Semantik. Und Sie erinnern sich vielleicht an das Kompositionalitätsprinzip. Das hängt auch hier wieder damit zusammen. Das lässt sich nicht immer trennen, die internen und die externen Funktionen. Gerade in der Syntax, finde ich, wird es da teilweise schwierig. Das Paradebeispiel, wie gesagt, schon für interne Funktionen ist das Kasus-System und um das geht es ja auch in dieser Vorlesung. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Flexionskategorien an. Fangen wir mit dem Numerus an und wir schauen uns Beispielsätze an. Die Trainerin beobachtet einen guten Wettkampf. Es geht um das Eingeklammerte jeweils. Die Trainerin beobachtet einen guten Wettkämpfe. Nun, das geht nicht, wie wir sofort sehen. Die Trainerin beobachtet einige gute Wettkämpfe. Das geht natürlich wieder. Und die Trainerin beobachtet einige gute Wettkampf. Haben wir wieder das Problem hier. Plural hier Singular. Sie sehen schon. Darum geht's. Wir reden hier über verschiedene Anzahlen von Objekten, Gegenständen im weiteren Sinn. Wettkampf nennen wir jetzt auch mal einen Gegenstand. Und das ist konzeptuell beim Substantiv motiviert. Wenn wir einen Wettkampf oder mehrere Wettkämpfe haben, das ist das Entscheidende. Ob die dann gut sind oder der. Und was dann für ein Artikel kommt, naja, das ist eigentlich sekundär. Es geht vor allem darum, dass wir eben Gegenstände, Objekte, die wir mit Substantiven bezeichnen, in verschiedenen Quantitäten haben. Und der wichtigste Unterschied ist eben zwischen einem Objekt und mehreren Objekten. Das ist jetzt damit gemeint, dass das beim Substantiv motiviert ist. Das ist beim Substantiv daher eben auch notwendigerweise ein volatiles Merkmal der Numerus. Denn, naja, wir wollen ja gerade über einen und mehrere Wettkämpfe reden. Wäre jetzt Wettkampf immer plural, dann hätten wir die Möglichkeit nicht. Es gibt natürlich sogenannte Pluralia tantum wie Ferien oder Singularia tantum wie Gesundheit. Die gibt es nicht im Singular respektive Plural. Das sind natürlich letztlich Ausnahmen, muss man sagen. Die allermeisten Substantive können im Singular und im Plural stehen. Das war es schon zum Numerus. Wir kommen zum Kasus. Das heißt, was ist eigentlich die Funktion von Kasus? Und da kommt man ganz oft an so einen Punkt, wo man denkt, naja, die haben ja irgendeine Bedeutung. Also der Akkusativ, der kodiert immer die Phrasen im Satz, die Nominalfrasen, die das beschreiben, mit dem etwas geschieht zum Beispiel. Das ist so eine typische Interpretation für ein Kasus. Schauen wir uns das an. Jetzt Akkusative. Wir sehen den Rasen. Wir begehen den Rasen. Auch wieder ein Akkusativ. Wir säen den Rasen. Wir fürchten uns. Jetzt nicht den Rasen, aber es ist auch ein Akkusativ. Ja. Nächsten März fahre ich zum Bergwandern in die Tatra. Auch das hier ist wahrscheinlich ein Akkusativ. Es waren den ganzen Tag Menschen zum Gipfel unterwegs. Das ist auf jeden Fall auch ein Akkusativ. Und jetzt können wir natürlich fragen, was ist diesen Akkusativen hier gemein? Das hier sind Ergänzungen. Das sind Angaben. Da kommen wir noch zu. Ja. Was passiert mit denen? Genauso hier. Sarah backt ihrer Freundin einen Marmorkuchen. Wir kaufen dir ein Kilo Rohrzucker. Die Mannschaft spielt mir zu drucklos. Das sind jetzt alles Dative. Was eint die? Der Marmorkuchen schmeckt den Freundinnen gut. Ist auch noch ein Dativ. Kann man sich jetzt überlegen. Wie passt das alles zusammen? Und hier oben bei den Akkusativen geht das sehr schlecht. Bei dem Dativ sehen wir vielleicht bestimmte Tendenzen, dass das immer bestimmte Mitspieler an der Situation, an dem Ereignis sind. Die zum Beispiel was beim Dativ, die was bekommen, für die etwas getan wird. Das zeichnet sich so ein bisschen ab. Bei dem Akkusativ hier oben ist das aussichtslos. Den Rasen, den wir sehen, mit dem passiert gar nichts. Wenn wir ihn säen, dann entsteht er erst. Und wenn wir uns fürchten, dann passiert mit uns ja eigentlich gar nichts so richtig. Außer das, was eigentlich schon dadurch ausgedrückt wird, dass das Wir hier als Subjekt auftaucht. Schwierig. Und dann haben wir hier so Zeitangaben im Akkusativ, naja, wie soll man das unter einen Hut bringen. Was sind jetzt die wesentlichen Eigenschaften von Kasus? Die Hauptfunktion auf jeden Fall ist, dass Kasus Relationen zwischen den Kasus tragenden Nomina und anderen Wörtern, typischerweise Verbenpräpositionen anderen Nomina, aber nicht nur den, herstellt. Wir erkennen dadurch, dass etwas im Akkusativ steht, in den Sätzen, die wir auf der letzten Folie hatten, dass sie in einem ganz bestimmten Verhältnis zum Verb stehen. Und da sagen wir dann ja auch Akkusativobjekt dazu. Und das werden wir im hinteren Drittel dieser Vorlesung noch ein bisschen genauer behandeln und dann auch in der Syntax. Für hier soll das jetzt erstmal reichen, was wir zum Kasus gesagt haben. Kommen wir zur Person. Und bei der Person müssen wir auf jeden Fall über Deixis reden. Manche sagen auch Deixis. Fragen wir uns, was ist die grammatische Person? Ich unterstütze den FCR Duisburg. Muss sehr lange her sein. Ihr unterstützt den FCR Duisburg. Und hier haben wir Pronomina, die Deixis sind. Sie, diese, jene, eine oder Mann unterstützt den FCR Duisburg. Und Sie sehen, das ist erste, zweite und dritte Person. Sie, diese, jene, einige unterstützen den FCR Duisburg. Das ist haben wir es bei der Person mit Pronomina zu tun. Pronomina treten in der ersten, zweiten und dritten Person auf und sind deswegen bei denen funktional motiviert. Substantive sind eigentlich statisch immer dritte Person. Es gibt kein Substantiv, das so grammatisch funktioniert wie ich und du und wir und ihr. Das gibt es eigentlich nicht. Und manche Linguisten würden sagen, naja, das ist nicht dritte Person. Das ist irgendwie gar nicht Person. Das halte ich nicht für zielführend. Substantive sind dritte Personen, aber eben statisch. Womit wir es hier zu tun haben, sind deiktische Pronomina. Das heißt, die verweisen in einer Situation auf bestimmte anwesende Personen. Meistens mit ich und du und wir und ihr bezeichnet man ja meistens Personen. Nur relativ zu dieser Situation sind die interpretierbar. Ich und du, wer das ist, das hängt davon ab, wer das wann sagt. Anders als der Bundeskanzler. Da wissen wir, was das heißt, weil wir das entsprechende Weltwissen haben. Die Situation, in der wir uns befinden, ist relativ irrelevant. Es gibt noch eine andere Seite von Pronomina und damit den primär personentragenden Wörtern. Und das ist die Anaphorik. Wenn wir so einen Satz haben wie Sarah backt ihrer Freundin einen Kuchen. Sie verwendet nur fair gehandelten, unraffinierten Rohrzucker. Das sind zwei Sätze, um genau zu sein. Dann sehen wir hier so komische Zahlen plötzlich, so Indizes. Die sollen anzeigen, welche Nominalfrasen sich auf dieselben Objekte in der Welt beziehen. Hier haben wir Sarah und sie beide mit der Eins. Na gut, das heißt, die sollen dieselbe Person bezeichnen. Und wenn wir den Satz so lesen, dann ist das ja auch die naheliegende Interpretation, dass im zweiten Satz sie sich wieder auf Sarah bezieht. Das muss nicht immer so sein. Sarah backt ihrer Freundin einen Kuchen. Er besteht nur aus fair gehandelten Zutaten. Gut, da sehen wir, weil das hier ein Maskulinum ist, kann dieses er sich eigentlich nur auf den Kuchen beziehen. Und deswegen haben die beide hier die drei. Es gibt drei an der Situation beteiligte Dinge. Einige davon Menschen. Und das dritte ist der Kuchen. Und der wird hier durch das anaphorische Pronomen wieder aufgenommen. Sarah backt ihrer Freundin einen Kuchen. Sie soll ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und auch hier sind die Interpretationen wieder eindeutig durch die Bedeutung nahegelegt, dass nämlich sie in dem Fall die Freundin ist und ihn sich auf den Kuchen bezieht. Und das können wir sehr schön anzeigen mit solchen kleinen Indexzahlen an den Wörtern beziehungsweise an den NPs. Und damit zeigen wir, welche anaphorischen Relationen zwischen Pronomina und den sogenannten Antizendenzien bestehen. Wir verweisen also mit Pronomina typischerweise in der dritten Person auch zurück im Text. Manchmal auch voraus im Text. Das wäre dann kataphorische Referenz. Diese gleichen Indizes, wie schon gesagt, die zeigen einfach nur an, dass zwei NPs, zwei Phänomenalphrasen dieselbe Bedeutung haben sollen. Sie beziehen sich auf denselben Gegenstand, dieselbe Person in der Welt. Das nennt man Korreferenz mit Doppel-R übrigens. Diese Indizes, die setzen wir, um anzuzeigen, dass wir die Sätze auf eine bestimmte Art interpretiert haben wollen. Diese Interpretation kann möglich oder sogar naheliegend bis zwingend sein wie hier. Wir könnten damit aber auch, wenn wir jetzt ein linguistisches Phänomen illustrieren wollten, zeigen, was gerade nicht geht, indem wir Indizes setzen und dann ein Sternchen dran machen zum Beispiel an den Satz und sagen, na, das kann aber eigentlich nicht sein. Das heißt, die Indizes, die kommen nicht natürlich mit den Wörtern, sondern die setzen wir, um bestimmte linguistische Relationen klarzumachen. Und damit kommen wir jetzt schon zu Genos, Geschlecht und Gender. Uns interessiert natürlich vor allem hier die grammatische Kategorie. Und die ist auf jeden Fall unabhängig von irgendwelchen Bedeutungskriterien. Die Petunie, der Enzian, das Pfeilchen, Femininum, Maskulinum, Neutrum sind alles Blumen und Blume selber ist ein Femininum. Diese Blumen haben nichts Männliches, Weibliches oder Sächliches an sich. Also da gibt es keine Beziehung. Das Ganze ist erstmal nur eine reine Subklassenbildung beim Substantiv. Das sehen wir dann auch noch bei der Pluralflexion. Das ist nicht motiviert in Geschlecht oder Gender in irgendeiner Form. Teilweise, und das ist das, worüber sich Menschen streiten, gibt es dann Korrespondenzen von männlich oder maskulin oder feminin oder weiblich. Bei Menschen beziehungsweise Lebewesenbezeichnungen interessant sind vor allem die Bezeichnungen von Menschen. Das sind auch nur ganz bestimmte, denn ganz im Allgemeinen können wir natürlich zum Beispiel sagen, der Mensch und damit Menschen aller Geschlechter und Gender bezeichnen. Die Person, das ist jetzt ein Femininum, das funktioniert aber genauso gut und das Wesen oder das menschliche Wesen, das Neutrum, kann auch Menschen aller Gender und Geschlechter bezeichnen. Eigentlich gibt es da ganz spezifische Fälle, an denen sich die entsprechende Diskussion hochzieht. Das ist aber jetzt erstmal von der grammatischen Kategorie und nur um die geht es mir jetzt unabhängig. Und damit sind wir schon bei der Flexion der Substantive. Da steht jetzt hier was vom traditionellen Chaos. Naja, da geht es jetzt darum, wie die Beschreibung der verschiedenen Arten von Substantiven aussieht. Und zwar unterschiedliche Arten bezüglich ihres Flexionsverhaltens. Und da kennen Sie ja vielleicht noch die Schwachen, Maskuliner. Das ist Mensch, Menschen, 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 Menschen und so weiter. Immer Menschen. Dann die Starken, Maskuliner und Neutra. Der Stuhl, den Stuhl, dem Stuhl des Stuhles oder Stuhls. Und dann die Stühle, den Stühlen und so weiter. Die anderen, auch Starken, gehen hier auf ER. Also da heißt es nicht Häuser, sondern Häuser. Der Staat ist ein Beispiel für ein Gemischtes. Der sieht erstmal hier bis zum Genitiv Singular so aus wie ein Starkes. Naja, und dann geht es weiter mit Staaten, Staaten, so wie hier bei den Schwachen. Das ist die Idee, dass man die Gemischt nennt, weil die hier oben sich mit den Starken gruppieren und hier unten mit den Schwachen. Das Femininum hat im Wesentlichen zwei verschiedene Varianten. Nämlich hier im Singular gibt es überhaupt keine Flexion. Das heißt immer nur Frau und so weiter. Im Plural haben wir dann EN bei Frau, Frauen und so weiter. Und bei dem anderen Typus wie Sau, da haben wir dann hier Säue und so weiter. Und dann gibt es noch die sogenannte S-Klasse, die im Plural Autos, Omas und so weiter. LKWs lautet. Ja, das ist jetzt einfach eine Tabelle. Das ist keine Systematik. Wenn wir daraus eine Systematik machen, dann sieht das so aus. Das hat irgendwie mit Genus zu tun, weil die verschiedenen Genera in bestimmten Flexionsklassen mit bestimmten Plural-Suffixen einhergehen. Ja, es hat irgendwie schon mit Plural zu tun. Das haben wir eben gesehen in der Tabelle. Die Pluralformen waren immer ziemlich eindeutig als Plural erkennbar und im Singular die verschiedenen Kasus. Da war nicht mehr viel. Kasus generell war nicht mehr viel als Markierung vorhanden. Diese Systematik würde ich Ihnen jetzt gar nicht im Detail auseinandersetzen, denn das war auch noch nicht alles. Das gibt es jetzt noch mit und ohne Schwa, zumindest bei bestimmten Suffixen. Bei den Schwachen gibt es dann die Untertypen. Menschen, Löwen, das heißt gehört ein E bzw. Schwa zum Suffix oder nicht. Das haben wir bei den Gemischten dann auch. Staaten und Enden. Bei den Femininer, die mit N, E-N flektieren, im Plural haben wir dasselbe Problem. Frauen und Nudeln. Im einen Fall haben wir ein E bzw. ein Schwa phonetisch und im anderen nicht. Und dann gibt es noch welche, die haben eigentlich nur ein Umlaut, gar kein Plural-Kennzeichen, so wie Mütter. Und das sind dann alles noch Untertypen. Die würde ich Ihnen ersparen, denn wir können das viel systematischer angehen. Es ist schon wichtig zu wissen, was starke, schwache und gemischte sein sollen und so. Aber eigentlich ist die Systematik eine ganz andere. Und wir kommen zu dieser Systematik, indem wir jetzt sauber zwischen Numerus und Kasus-Markierung erst mal trennen. Wir schauen, was markiert eigentlich den Plural. Und dann schauen wir uns an, was bleibt eigentlich für den Kasus dann noch übrig. Und dazu isolieren wir jetzt die Plural-Afixe, die wahrscheinlich den Plural anzeigen, die als Markierungsfunktion also haben, Plural anzuzeigen. Das ist wieder die Tabelle von vorhin. Und hier sehen wir, dass die Plural-Formen irgendwie immer sehr einheitlich aussehen. Und zwar einheitlich mit einem zusätzlichen Affix, was es im Singular in den allermeisten Fällen nicht gibt. Bei Stuhl kommt Stühle, kommt das Schwab bzw. E hinzu. Bei Häuser ER, bei Staaten EN, bei Frauen EN, bei Säue das E und der Umlaut, bei Autos das S. Und bei Menschen das EN. Das kommt aber auch im Singular vor. Das ist der einzige Fall. Das ist irgendwie seltsam. Weil ansonsten finden wir die Plural-Formen hier oben eigentlich nicht. Menschen ist also ein etwas ungewöhnliches Wort, zumindest in dieser Tabelle. Und das können wir auf die gesamten Schwachen Maskuliner ausdehnen. Autos, naja gut, dieses S, da müssen wir nochmal drüber reden. Das sieht jetzt auch erstmal ungewöhnlich aus, weil das Plural-Suffix im Singular auch nochmal vorkommt. Die Schwachen Maskuliner, die nehmen wir als Sonderklasse raus. Und das ist auch gerechtfertigt. Denn sie haben eine sehr niedrige Typenfrequenz. Es gibt nur ungefähr 500 von denen. Wir haben ganz am Anfang mal über Kern und Peripherie gesprochen. Die sind in der Peripherie. Der Genitiv-Singular bei der S-Flexion, den müssen wir nicht rausnehmen. Das wird sich aus dem Gesamtsystem ergeben, dass der eigentlich gar nicht so komisch ist. Auch wenn er zufällig dieselbe Form hat wie der Plural. Was jetzt an den Affixen noch übrig bleibt, das muss eigentlich Kasus sein. Wir können uns jetzt ganz einfach fragen, wenn wir die Kasus-Formen besprechen wollen. Was bleibt denn übrig, wenn wir jetzt diese Plural-Affixe als analysiert zur Seite legen? Was bleibt denn dann für ein Kasus überhaupt übrig? Und da sehen Sie hier eine Tabelle, in der keine Schwachen Maskuliner auftauchen. Denn ich habe ja gesagt, die wollen wir rausnehmen als Sonderklasse und getrennt beschreiben. Der Rest folgt einer ganz klaren Systematik. Und das sehen wir schon hier. Der Genitiv-Singular aller Maskuliner und Neutral wird mit S markiert. Das ist hier in grün. Wir sehen außerdem, dass im Dativ hier überall ein N auftaucht. Nicht ganz überall. Naja, wo nicht? Da, wo schon ein N da ist. Staaten-Frauen-N. Da kommt kein Dativ-Plural-N hinten dran. Und bei Autos überlegen Sie sich das. Das wäre phonetisch einfach eine sehr seltsame oder phonologisch wahrscheinlich eine sehr seltsame Form. Autosen. So was haben wir eigentlich nicht solche Wörter phonologisch gesehen? Hier oben haben wir den Fall, dass wir an Frau und Sau, an die beiden Beispiele für feminine Flexion, kein S anfügen können. Naja, phonologisch wird es gehen. Wir tun es einfach nicht. Und das werden wir gleich nochmal zusammenfassen. Denn jetzt können wir eigentlich schon die Regularitäten der Substantiv-Flexion zusammenstellen. Und wir sagen, die Plural-Klasse determiniert das Flexionsverhalten. Das heißt nichts anderes als, die Wörter, die Substantive sind untergliedert danach, welche Plural-Bildung sie annehmen. Und das Genus determiniert zu einem großen Teil, welche Plural-Klasse das Wort nehmen kann. Das Maskulinum nimmt ganz prototypisch E mit Umlaut. Das soll diese Tilde ja anzeigen. Oder einfach nur E. Tische, Stühle. Das ist ein ganz prototypisches Maskulinum. Heißt, 90 Prozent, über 90 Prozent aller Maskuliner flektieren so im Plural. Das Femininum ist anders. Eine ungefähr gleich große Zahl der Femininer nimmt im Plural En. Oder nur En, wie wir gleich sehen. Ist also genau umgekehrt. Das En ist die prototypische Endung bei den Femininum. Und im Maskulinum ist die prototypische Endung Schwab bzw. E mit oder ohne Umlaut. Wenn ein Substantiv mit einem Vollvokal endet, so wie Auto oder Kanu, dann nimmt es den S-Plural. Das ist zumindest eine der wichtigen Bedingungen, unter denen der S-Plural genommen wird. Deswegen heißt es Kanus, LKWs, Autos, Omas. Das sind alles Wörter, wo in der letzten Silbe ein Vollvokal steht. Also nicht Schwab. Der Genitiv Singular Maskulinum ist einfach immer S. Außer das ist phonotaktisch unmöglich. Dative in allen Genera, im Plural neben En. Außer es ist phonotaktisch unmöglich. Und diese Genitiv Regularität, dass also Maskulinum und Neutrum eine Genitiv Markierung im Singular mit S haben, die gilt auch bei den Wörtern wie Autos, LKWs und so weiter. Das Kanus, der Papaya, nee, eben nicht Papayas, sondern der Papaya. Obwohl der Plural Papayas ist. Gleichzeitig haben wir eine ganz einfache phonetische Bedingung, dass wir keine Sequenzen von Schwarsilben haben. Die Tüteen, das wäre einfach total blöd. Deswegen entfällt hier das Schwab. Das ist kein Untertyp. Das ist einfach eine phonologische Regularität, die da greift. Tüteen haben wir nicht. Das heißt, wenn ich versuche, das En an Tüte anzuhängen, dann fällt eins dieser Schwabs, beziehungsweise orthografisch E, fällt weg. Die Frage wäre jetzt noch, warum haben wir bei solchen Wörtern wie Bolzen, der Bolzen, die Bolzen, gar keine Pluralmarkierung? Nun ja, also wenn Sie sich überlegen, das ist ja ein Maskulinum, da soll jetzt prototypisch ein Ö hintendran, ein Schwab, die Bolzene oder eben, wenn es etwas atypisch ist, die Bolzenen. Ja, jetzt ist das so, dass im Kern Substantive im Plural zweisilbig sind und ein Trocheus bilden. Das heißt, die erste Silbe ist betont, die zweite Silbe ist unbetont und enthält in der Regel im prototypischen Fall ein Schwab. Wörter wie Bolzene oder Bolzenen wären nun dreisilbig. Was machen wir? Wir sparen uns das Pluralsuffix. Das fällt dann einfach weg. Außerdem haben wir keine En-Sequenzen. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir das Schwab einfach tilgen, die Bolzenen. Das geht auch nicht. Das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, bei diesen Wörtern irgendeinen Plural anzuhängen, den wir verfügbar haben im System. Wenn wir dieses Klassensystem jetzt grafisch darstellen wollen, dann sieht das relativ einfach aus. Wir haben alle Substantive. Da spalten wir erstmal die En-Maskulina ab. Die markieren alles bis auf den Nominativ-Singular mit En. Das ist total komisch. Das macht sonst kein Substantiv sowas. Der Rest ist die normale Flexion. Die differenziert nur nach der Pluralbildung. Da haben wir den Prototyp der Maskulina. Das ist einfach mit Schwab. Den der Feminina. Das ist mit Schwab N, also En. Und dann gibt es noch so am Rand welche. Nämlich einerseits Maskulina mit En und Feminina mit E. Und diese ganz seltenen Er-Maskulina und Neutra, so wie Lämmer und so. Gut, da müssen wir mit leben. Die halten sich aber sonst an die Regularitäten. Des Lams. Die Lämmer. Da haben wir nicht sowas wie bei den schwachen Maskulina. Des Menschen. Die Menschen. Dann haben wir noch die S-Klasse. Die ist so ein bisschen von der Pluralbildung ungewöhnlich. Und es hat bestimmte Folgen. Nämlich, dass wir zum Beispiel den Dativ nicht anhängen können im Plural. Aber ansonsten folgt die auch den Regularitäten. Auch der Regularität für den Genitiv-Singular. Das ist das Haus der Oma. Und das ist das Haus des Opas. Das war zugegeben im Schnelldurchgang die Substantiv-Lektion im Deutschen. Ich rate Ihnen dringend, das noch mal im Buch nachzulesen. Das lohnt sich in dem Fall wirklich. Da rede ich auch noch ein bisschen ausführlicher über die schwachen Maskulina. Das ist ein Spezialgebiet auch von mir. Das wäre echt sinnvoll, in dem Fall jetzt auf jeden Fall noch mal ins Buch zu schauen. Denn damit kommen wir jetzt hier schon zu den Pronomina und Artikeln. Und wir beginnen damit, dass wir uns anschauen, in welchen syntaktischen Umgebungen Pronomina überhaupt vorkommen. Wir beginnen mit der Pronominalfunktion. Wer hätte es gedacht? Hier haben wir einen Satz. Der Autor des Textes schreibt Sätze, die niemand zuvor geschrieben hat. Ich kann diesen Satz umformen und hier die orange und grün markierten Konstituenten ersetzen durch Pronomina. Dieser schreibt etwas. Der Satz bedeutet nicht mehr wirklich dasselbe, beziehungsweise wir brauchen den Kontext, um dann zu sehen, ob er dasselbe bedeutet. Aber wir können diese Ersetzung machen. Darauf basiert auch der Konstituententest, der manchmal Pronominalisierungstest genannt wird. In dieser Funktion vertreten Pronomina also eine ganze Nominalfrase. Sowas wie Sätze, die niemand zuvor geschrieben hat oder der Autor dieses Textes wird ersetzt durch ein Wort. Pronomen für ein Nomen. Stimmt nicht ganz. Es ist für eine Nominalfrase. Die Personalpronomina sind eigentlich syntaktisch ganz typische Pronomina in Pronominalfunktion. Sie sind aber uninteressant für die Morphologie, weil sie unsystematisch sind. Auch wenn, wie wir gesehen haben, sie die primären Träger der Personenmarkierung sind. Schauen Sie sich das an. Sie haben im Singular und Plural die vier Kasus. Jeweils in der ersten und zweiten und dritten Person. In der dritten unterscheiden wir die Genera, Maskulinum, Neutrum, Femininum, aber nicht im Plural. Und wenn Sie sich das hier anschauen, das sind zwar alles recht interessante Wörter, aber was die Stämme angeht, geht das durcheinander. Ich, mich, mir, da ist hier irgendwas mit M, dann mit W, mit U, N, S, uns, unser, euch, euer. Da steckt sehr wenig Systematik drin, was die Flexion angeht. Nicht gar keine, aber das ist eigentlich nicht so interessant für die Morphologie. Wenn Sie Deutsch lernen würden, wenn Sie es nicht schon als Erstsprache könnten, müssten Sie diese Tabelle wirklich einfach auswendig lernen. Es gilt natürlich, dass Sie jederzeit diese Formen sicher bestimmen können müssen. Ich setze mal voraus, dass Sie das können, dass Sie, wenn Sie jetzt die Form seiner sehen, dass Sie wissen, das ist der Genitiv-Singular in der dritten Person des Maskulinums oder Neutrums des Personalpronomens. Aber das sind ja Formen, die Sie können. Pronomina in Artikelfunktion sind jetzt interessanter, weil da eigentlich nur die morphologisch interessanten Pronomina vorkommen. Dieser frische Marmorkuchen schmeckt lecker. Jeder leckere Marmorkuchen ist mir recht. In dieser Funktion stehen Pronomina vor einem Substantiv, Marmorkuchen in diesem Fall, mit dem Sie kongruieren. Dieses Pronomen wie alle Artikelwörter richtet sich im Genus und Numerus nach dem Substantiv. Dieser Marmorkuchen, jeder Marmorkuchen, aber diese Torte und so weiter. Sie kongruieren hier mit dem Substantiv und stehen davor in der Funktion eines Artikels. Sie können aber auch alleine stehen. Dieser schmeckt lecker und so weiter. Wir nennen Artikelwörter eigentlich alle Wörter in dieser Position, also Artikel und Pronomina in Artikelfunktion. Wir sehen gleich noch, es gibt auch noch echte Artikel. Für Artikelwörter sagt man auch Determinative. Das tun wir jetzt hier nicht. Wir sagen manchmal Artikelwort dazu. Und eigentlich interessieren uns jetzt vor allem die, die in dieser Position auch vorkommen können und die vor allem das Flexionsverhalten zeigen, das diese hier zeigen oder ein sehr ähnliches. Also solche Exoten wie ich, du, er, sie, es, Mann und so weiter oder etwas, das hatten wir eben schon, ist auch ein Pronomen, aber das flektiert ja gar nicht. Das ist für die Morphologie völlig uninteressant. Wir schauen uns jetzt also nur die Interessanten an, morphologisch Interessanten. Und wir haben jetzt schon gesehen, es gibt Pronomina in Pronominalfunktion und Pronomina in Artikelfunktion. In dem einen Fall stehen sie für eine ganze NP, in dem anderen Fall stehen sie in einer NP vor einem Substantiv, kann auch ein Adjektiv beziehungsweise eine Adjektivphrase dazwischen stehen. So weit, so gut. Jetzt habe ich gesagt, es gibt auch echte Artikel. Und das kann man eigentlich ganz leicht unterscheiden. Und ich frage mich, warum das manchmal als so schwer wahrgenommen wird. Ich sage es Ihnen jetzt einfach mal, wie es geht. Sie sehen hier einen Artikel. Ein Mantel, einen Mantel, einem Mantel, eines Mantels. Die vier Kasusformen von ein mit Mantel kombiniert. Also ist hier ein Maskulinum. Da sehen wir hier, wir haben das S im Genitiv Singular. Das macht ja das Maskulinum immer. Jetzt gehört zu diesem Artikel hier auch ein Pronomen. Lautet eigentlich genauso. Einer, einen, einem, eines. Lautet eigentlich genauso. Bis auf diese Form hier. Und deswegen sagen wir in diesem Fall, weil nicht alle Formen identisch sind, obwohl Kasus, Numerus und Genus genau gleich sind. Das sind zwei verschiedene Wörter. Ein Artikel und ein Pronomen. Es gibt also einen Artikel ein und ein Pronomen ein. Wir können das deshalb unterscheiden, weil das mindestens in einer Form hier sich unterscheidet. Das heißt nicht einer Mantel. Einer Mantel hängt an der Wand. Nee, aber einer hängt an der Wand und nicht ein hängt an der Wand. Das ist der Unterschied in diesem Fall. Es geht weiter mit diesem Artikel hier. Die Rottweiler. Das ist jetzt im Plural. Die Rottweiler, Akkusativ. Den Rottweilern, der Rottweiler. Hier haben wir das Pronomen, was ansonsten recht ähnlich aussieht. Ja, bis auf diese beiden Formen hier. Ich schenke den Rottweilern ein Halsband. Ich schenke denen ein Halsband. Sehen Sie, in der Artikelfunktion flektiert das anders als in der Pronominalfunktion. Und dann sprechen wir von einem Artikel auf der einen und einem Pronomen auf der anderen Seite. Diese Form hier ist übrigens etwas schwierig. Da gibt es auch Fälle, wo die eigentlich besser deren lautet. Das ist eine ganz seltsame Form mit einer interessanten Alternation. Auf jeden Fall sind hier aber Formunterschiede. Und dann gilt dasselbe wie vorhin. Hier sind es sogar ein paar mehr. Es gibt einen Artikel, die, der, die, das, wie auch immer wir den nennen wollen. Und ein Pronomen, die, wenn das denn der Stamm ist, der, die, das. Und hier hinten im Plural flektieren die dann leicht unterschiedlich. Deswegen kann es aber nicht dasselbe Wort sein. Ein Wort, das in den gleichen Merkmalsausprägungen bald so, bald anders flektiert, das kann ja nicht dasselbe sein. Jetzt kommen wir zum dritten Fall. Hier haben wir dieser, dieser Rottweiler, diesen Rottweiler, diesem, dieses, diese Rottweiler im Plural und so weiter. Und wenn wir hier den Rottweiler weglassen und das Pronomen in Pronominalfunktion verwenden, sind alle Formen identisch. Und das ist bei dieser, jener und so weiter der Fall. Und bei denen sagen wir, es gibt nur ein Pronomen. Es gibt keinen Artikel dieser. Es gibt ein Pronomen in Artikelfunktion und dasselbe Pronomen kann in Pronominalfunktion auftreten. Es gibt also nur ein Pronomen dies. Das kann in beiden Funktionen auftreten. Und zwar sagen wir das, weil alle diese Formen in beiden Verwendungen gleich sind. Es gibt keinen Artikel dies. Zusammengefasst, wenn die Formen eines Stamms in Artikelfunktion und Pronominalfunktion nicht durchgehend gleich sind, so wie bei kein oder ein oder der, die, das, handelt es sich um zwei verschiedene lexikalische Wörter mit gleichlautendem Stamm, einem Artikel und einem Pronomen. Da machen wir also diese Unterscheidung. Ansonsten handelt es sich bei jedem Wort, das in Artikel und Pronominalfunktion auftreten kann, um ein lexikalisches Wort, nämlich ein reines Pronomen und das kann in beiden Funktionen auftreten. Es gibt aber übrigens keine Artikel in Pronominalfunktion. Das folgt jetzt aus dem Gesagten. Also das haben wir nicht. Artikel bzw. Pronomina, die von dem Unterschied betroffen sind, sind die Indefinita, ein und kein, die Possessiva, mein, dein, sein, euer, unser und ihr und der, die, das. Wir haben schon gesehen, der, die, das hat diese komischen zweisilbigen Formen beim Pronomen und ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr haben irgendwie endungslose Formen. Wir können das auch, wenn Sie wollen, mit einem Merkspruch zusammenfassen. Treten die Stämme ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr oder der, die, das in Artikelfunktion auf, dann sind es auch Artikel. Treten diese Stämme, also ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr oder der, die, das in Pronominalfunktion auf, dann sind es auch Pronomina. Alle anderen pronominalen Stämme, wie dieser, jener, welcher, sind immer nur Pronomina, die in Artikel und Pronominalfunktion auftreten können. Es hilft vielleicht, wenn Sie sich ein, kein, mein, dein, sein, ihr, euer, unser, der, die, das merken. Und bei denen, bei ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr, der, die, das müssen Sie unterscheiden zwischen Artikel und Pronomen. Ansonsten ist es nur ein Pronomen. Wie flektiert jetzt dieses ganz normale Pronomen? Ja, so wie dieser. Das heißt, wir haben hier in maskulin Singular Formenunterschiede zwischen Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Dieser, diesen, diesem, dieses. Die haben wir sonst im gesamten System nirgendwo. Es gibt nur hier im maskulinum Neutrum der Pronominalflexion eine Unterscheidung von allen vier Kasus. Beim Substantiv haben Sie eben schon gesehen, da ist nicht mehr viel los mit Kasus. Ja, hier schon im Neutrum fallen bereits Nominativ und Akkusativ zusammen. Dieses Kind, diesem Kind, dieses Kindes. Im Femininum Singular fallen Nominativ und Akkusativ zusammen und Dativ und Genitiv. Ich glaube, dieser Kollegin, das Auto, dieser Kollegin ist ramponiert. Da haben Sie es. Im Plural haben wir Nominativ und Akkusativ als zusammengefallene Formen und dann diesen und dieser im Dativ und Genitiv. Im Plural unterscheiden wir nicht mehr zwischen den drei Genera. Das ist die ausdifferenzierteste Kasusflexion, die wir überhaupt im Deutschen haben. Und wenn wir uns überlegen, was da alles zusammenfällt und dann überlegen, wo ist denn das vier Kasus-System, dann sehen wir es sogar an diesem Schaubild. Die Kasusflexion ist nur noch viergliedrig hier vorne im Maskulinum und in allen anderen Fällen gibt es irgendwelche zusammenfallenden Formen. Das heißt jetzt erstmal nichts, außer dass das historisch sich so entwickelt hat und dass das Kasus, das Vier-Kasus-System im Deutschen ein bisschen morphologisch schwach vertreten ist. Nämlich nur noch in den hier blauen Formen wirklich in einem Wort ausdifferenzierbar. Wir haben es schon angesprochen. Bei den Definita gibt es dann eben Abweichungen für die Fälle, wo es einen Artikel und einen Pronomen gibt. Hier ist der Artikel, der, die, das, deflektiert, im Grunde sehr ähnlich. Hier ist es ein bisschen schwierig, den Stamm wirklich gut vom Suffix zu trennen, weil wir so einen Suffix wie as und i eigentlich lieber nicht haben wollen, weil Suffixe normalerweise als Vokal nur schwa, also äh, enthalten. Andererseits ist es schwierig zu sagen, der Stamm ist da und die, das ist auch komisch. Hier gibt es keine schöne Lösung. Da sind irgendwie Stamm und Affix auf eine bestimmte Weise aneinander angewachsen. Was wir eben aber haben in dem Pronomen, das ansonsten sehr ähnlich aussieht, sind diese zweiselbigen Formen und eben nicht nur im Plural, sondern auch im Genitiv. Dessen und derer und deren, das sind diese komischen Formen, die komisch sind, weil sie so zweiselbig sind, was wir sonst hier eigentlich nicht haben, an denen wir das Definit Pronomen im Unterschied zum Definit Artikel erkennen können. Das war jetzt also der eine Fall, nochmal in ausführlich, wo wir unterscheiden zwischen Artikel und Pronomen. Es gab den anderen, ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr. Das sind die Definit, Entschuldigung, das sind die Indefinit und Possessiv Artikel und Pronomina. Da sieht das Pronomen so aus, nämlich eigentlich ganz normal. Ganz normal wie ein anderes Pronomen. Keiner, keinen, keinem, keines und so weiter. Ganz normal. Der Artikel aber hat hier oben solche Lücken. Kein Kollege war zu sehen und nicht keiner Kollege war zu sehen. Diese Lücken haben weitreichende Folgen. Wir werden da nächste Woche bei den Adjektiven nochmal darauf zurückkommen. Deswegen ist das so wichtig. Und damit kommen wir nochmal jetzt zurück übersichtsmäßig zu Artikel und Pronomina. Die Abweichungen von der normalen Pronominalflexion, die wir jetzt hier gerade gesehen haben, die arbeitet eigentlich den Unterschied zwischen Pronomina und Artikeln auf, den wir ganz am Anfang gemacht haben. Und damit machen wir nämlich eigentlich jetzt eine weitere Wortartenunterklassifikation. Wir haben das bei der Wortklassenlehre in der dritten Sitzung ja einfach nicht weiter ausdifferenziert. Wir haben einfach gesagt, nur da bleiben dann die Artikel und Pronomina übrig bei einem Ast in diesem Baum, in diesem Entscheidungsbaum. Jetzt hätten wir theoretisch die Möglichkeit, da weiter zu differenzieren. Was wir dann differenzieren, sehen wir hier? Wir haben alle systematisch flektierenden Pronomina und Artikel. Wir können abspalten, die indefinit und possessiv Artikel. Die haben diese endungslosen Formen. Das ist das Besondere. Deswegen spalten wir sie ab. Dann bleiben die normalen Pronomina und Definita übrig. Die normalen Pronomina haben genau diese schöne, gut ausdifferenzierte Kasus und Numerus Flexion. Natürlich mit vielen Formen zusammenfällen, aber immerhin im Maskulinum Singular mit allen vier Kasus. Schön unterschieden. Und dann bleiben die Definita übrig. Naja, und da haben wir den Definit Artikel. Naja, und die Definit Pronomina haben zusätzlich noch diese komischen zweisilbigen Formen. Und das ist eigentlich alles. Das ist das Flexionssystem der Artikel und Pronomina. Zumindest derer, die systematisch flektieren und nicht sowas wie das Personalpronomen. Und damit haben wir es für diese Woche. Nächste Woche geht es genau da weiter. Wir schauen uns nämlich die Adjektive an und deren Flexion interagiert auf wunderbare Weise mit der Flexion der Artikel. Der Artikel Wörter. Und das schauen wir uns an und dann noch ein bisschen zu den Werben. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank. Bis dahin.